Achtes Hauptstück. Ein Blick auf den Staat. Um das Wort bitten. Der demagogische Charakter und die Absicht, auf die Massen zu wirken, ist gegenwärtig allen politischen Parteien gemeinsam. Sie alle sind genötigt, der genannten Absicht wegen, ihre Prinzipien zu großen Alfresco-Dummheiten umzuwandeln und sie so an die Wand zu malen. Darin ist nichts mehr zu ändern. Ja, es ist überflüssig, auch nur einen Finger dagegen aufzuheben. Denn auf diesem Gebiete gilt, was Voltaire sagt. Quand la populace se melde résonne, tu es perdu. Seitdem dies geschehen ist, muss man sich den neuen Bedingungen fügen, wie man sich fügt, wenn ein Erdbeben die alten Grenzen und Umrisse der Bodengestalt verrückt und den Wert des Besitzes verändert hat. Überdies, wenn es sich nun einmal bei aller Politik darum handelt, möglichst vielen das Leben erträglich zu machen, so mögen immerhin diese möglichst vielen auch bestimmen, was sie unter einem erträglichen Leben verstehen. Trauen sie sich den Intellekt zu, auch die richtigen Mittel zu diesen Zielen zu finden, was Hilfe ist, daran zu zweifeln. Sie wollen nun einmal ihres Glücks und Unglücks eigene Schmiede sein. Und wenn dieses Gefühl der Selbstbestimmung, der Stolz auf die fünf, sechs Begriffe, welche ihr Kopf birgt und zutage bringt, ihnen in der Tat das Leben so angenehm macht, dass sie die fatalen Folgen ihrer Beschränktheit gern ertragen, so ist wenig einzuwenden, vorausgesetzt, dass die Beschränktheit nicht so weit geht, zu verlangen, es solle alles in diesem Sinne zur Politik werden. Es solle jeder nach solchem Maßstabe leben und wirken. Zuerst nämlich muss es einigen mehr als je erlaubt sein, sich der Politik zu enthalten und ein wenig beiseite zu treten. Dazu treibt auch sie die Lust an der Selbstbestimmung und auch kein kleiner Stolz mag damit verbunden sein, zu schweigen, wenn zu viele oder überhaupt nur viele reden. So dann muss man es diesen wenigen nachsehen, wenn das Glück der vielen, verstehe man darunter Völker oder Bevölkerungsschichten, nicht so wichtig nehmen und sich hier und da eine ironische Miene zu Schulden kommen lassen. Denn ihr Ernst liegt anderswo. Ihr Glück ist ein anderer Begriff. Ihr Ziel ist nicht von jeder plumpen Hand, welche eben nur fünf Finger hat, zu umspannen. Endlich kommt, was ihnen gewiss am schwersten zugestanden wird, aber ebenfalls zugestanden werden muss. Von Zeit zu Zeit ein Augenblick, wo sie aus ihrer schweigsamen Vereinsamung heraustreten und die Kraft ihrer Lungen wieder einmal versuchen. Dann rufen sie nämlich einander zu, wie Verwirrter in einem Walde, um sich einander zu erkennen, zu geben und zu ermutigen. Wobei freilich mancherlei laut wird, was den Ohren, für welches nicht bestimmt ist, übel klingt. Nun, bald darauf ist es wieder Stille im Wald. So Stille, dass man das Schwirren, Summen und Flattern der zahllosen Insekten, welche in, über und unter ihm leben, wieder deutlich vernimmt. Kultur und Kaste Eine höhere Kultur kann allein dort entstehen, wo es zwei unterschiedene Kasten der Gesellschaft gibt. Die der Arbeitenden und die der Müßigen zu wahrer Buße befähigten. Oder mit stärkerem Ausdruck Die Kaste der Zwangsarbeit und die Kaste der Freiarbeit. Der Gesichtspunkt der Verteilung des Glücks ist nicht wesentlich, wenn es sich um die Erzeugung einer höheren Kultur handelt. Jedenfalls aber ist die Kaste der Müßigen, die Leidfähigere, Leidendere. Ihr Behagen am Dasein ist geringer, ihre Aufgabe größer. Findet nun gar ein Austausch der beiden Kasten statt, sodass die stumpferen, ungeistigeren Familien und Einzelnen aus der oberen Kaste in die Niedere herabgesetzt werden und wiederum die freien Menschen aus dieser den Zutritt zur Höheren erlangen, so ist ein Zustand erreicht, über den hinaus man nur noch das offene Meer unbestimmter Wünsche sieht. So redet die verklingende Stimme der alten Zeit zu uns. Aber wo sind noch Ohren, sie zu hören? Von Geblüt Das, was Männer und Frauen von Geblüt vor anderen voraus haben und was ihnen unzweifelhaftes Anrecht auf höhere Schätzungen gibt, sind zwei durch Vererbung immer mehr gesteigerte Künste. Die Kunst, befehlen zu können und die Kunst des stolzen Gehorsams. Nun entsteht überall, wo das Befehlen zum Tagesgeschäft gehört, wie in der großen Kaufmanns- und Industriewelt, etwas Ähnliches wie jene Geschlechter von Geblüt. Aber ihnen fehlt die vornehme Haltung im Gehorsam, welche bei jenen eine Erbschaft feudaler Zustände ist und die in unserem Kulturklima nicht mehr wachsen will. Subordination Die Subordination, welche im Militär- und Beamtenstaate so hoch geschätzt wird, wird uns bald ebenso unglaublich werden, wie die geschlossene Taktik der Jesuiten es bereits geworden ist. Und wenn diese Subordination nicht mehr möglich ist, lässt sich eine Menge der erstaunlichsten Wirkungen nicht mehr erreichen und die Welt wird ärmer sein. Sie muss schwinden, denn ihr Fundament schwindet. Der Glaube an die unbedingte Autorität, an die endgültige Wahrheit. Selbst in Militärstaaten ist der physische Zwang nicht ausreichend, sie hervorzubringen, sondern die angeerbte Adoration vor dem Fürstlichen wie vor etwas Übermenschlichem. In freieren Verhältnissen ordnet man sich nur auf Bedingungen unter infolge gegenseitigem Vertrages, also mit allen Vorbehalten des Eigennutzes. Der größte Nachteil der jetzt so verherrlichten Volksheere besteht in der Vergeudung von Menschen der höchsten Zivilisation. Nur durch die Gunst aller Verhältnisse gibt es deren überhaupt. Wie sparsam und ängstlich sollte man mit ihnen umgehen, da es großer Zeiträume bedarf, um die zufälligen Bedingungen zur Erzeugung so zart organisierter Gehirne zu schaffen. Aber wie die Griechen im Griechenblut wüteten, so die Europäer jetzt im Europäerblut. Und zwar werden relativ am meisten immer die Höchstgebildeten zum Opfer gebracht, die, welche eine reichliche und gute Nachkommenschaft verbürgen. Solche nämlich stehen im Kampfe voran, als Befehlende und setzen sich überdies ihres höheren Ehrgeizes wegen den Gefahren am meisten aus. Der grobe Römerpatriotismus ist jetzt, wo ganz andere und höhere Aufgaben gestellt sind als Patria und Honor. Entweder etwas Unehrliches oder ein Zeichen der Zurückgebliebenheit. Hoffnung als Anmaßung Unsere gesellschaftliche Ordnung wird langsam wegschmelzen, wie es alle früheren Ordnungen getan haben, sobald die Sonne neuer Meinungen mit ihrer Glut über die Menschen hinleuchteten. Wünschen kann man dies wegschmelzen nur, indem man hofft. Und hoffen darf man vernünftigerweise nur, wenn man sich und seinesgleichen mehr Kraft in Kopf und Herz zutraut als den Vertretern des Bestehenden. Gewöhnlich wird also diese Hoffnung eine Anmaßung, eine Überschätzung sein. Krieg Zugunsten des Krieges kann man sagen, er macht den Sieger dumm, den Besiegten boshaft. Zugunsten des Krieges er barbarisiert in beiden eben genannten Wirkungen und macht dadurch natürlicher. Er ist für die Kultur Schlaf oder Winterzeit. Der Mensch kommt kräftiger zum Guten und Bösen aus ihm heraus. Im Dienste des Fürsten Ein Staatsmann wird, um völlig rücksichtslos handeln zu können, am besten tun, nicht für sich, sondern für einen Fürsten sein Werk auszuführen. Von dem Glanze dieser allgemeinen Uneigennützigkeit wird das Auge des Beschauers geblendet, sodass er jene Tücken und Härten, welche das Werk des Staatsmannes mit sich bringt, nicht sieht. Eine Frage der Macht, nicht des Rechtes. Für Menschen, welche bei jeder Sache den höheren Nutzen ins Auge fassen, gibt es bei dem Sozialismus, falls er wirklich die Erhebung der jahrtausendelang gedrückten, niedergehaltenen, gegen ihre Unterdrücker ist, kein Problem des Rechts mit der lächerlichen, weichlichen Frage, wie weit soll man seinen Forderungen nachgeben, sondern nur ein Problem der Macht. Wie weit kann man seine Forderungen benutzen? Also wie bei einer Naturmacht, zum Beispiel dem Dampfe, welcher entweder von den Menschen in seine Dienste als Maschinengott gezwungen wird, oder bei Fehlern der Maschine, das heißt Fehlern der menschlichen Berechnung im Bau derselben, sie und den Menschen mit zertrümmert. Um jene Machtfrage zu lösen, muss man wissen, wie stark der Sozialismus ist, in welcher Modifikation er noch als mächtiger Hebel innerhalb des jetzigen politischen Kräftespiels benutzt werden kann. Unter Umständen müsste man selbst alles tun, ihn zu kräftigen. Die Menschheit muss bei jeder großen Kraft, und sei es die gefährlichste, daran denken, aus ihr ein Werkzeug ihre Absichten zu machen. Ein Recht gewinnt sich der Sozialismus erst dann, wenn es zwischen den beiden Mächten, den Vertretern des Alten und Neuen, zum Kriege gekommen zu sein scheint, wenn aber das kluge Rechnen auf möglichste Erhaltung und Zuträglichkeit auf Seiten beider Parteien das Verlangen nach einem Vertrag entstehen lässt. Ohne Vertrag kein Recht. Bis jetzt gibt es aber auf den bezeichneten Gebieten weder Krieg noch Verträge, also auch keine Rechte, kein Sollen. Benutzung der Kleinsten Unredlichkeit Die Macht der Presse besteht darin, dass jeder Einzelne, der ihr dient, sich nur ganz wenig verpflichtet und verbunden fühlt. Er sagt für gewöhnlich seine Meinung, aber sagt sie einmal auch nicht, um seiner Partei oder der Politik seines Landes oder endlich sich selbst zu nützen. Solche kleinen Vergehen der Unredlichkeit oder vielmehr nur einer unredlichen Verschwiegenheit sind von dem Einzelnen nicht schwer zu tragen, doch sind die Folgen außerordentlich, weil diese kleinen Vergehen von vielen zu gleicher Zeit begangen werden. Jeder von diesen sagt für sich, für so geringe Dienste lebe ich besser, kann ich mein Auskommen finden. Durch den Mangel solcher kleinen Rücksichten mache ich mich unmöglich. Weil es beinahe sittlich gleichgültig erscheint, eine Zeile noch dazu vielleicht ohne Namensunterschrift mehr zu schreiben oder nicht zu schreiben, so kann einer, der Geld und Einfluss hat, jede Meinung zur Öffentlichen machen. Wer da weiß, dass die meisten Menschen in Kleinigkeiten schwach sind und seine eigenen Zwecke durch sie erreichen will, ist immer ein gefährlicher Mensch. Allzu lauter Ton bei Beschwerden. Dadurch, dass ein Notstand, zum Beispiel die Gebrechen einer Verwaltung, Bestechlichkeit und Gunstwillkür in politischen oder gelehrten Körperschaften, stark übertrieben dargestellt sind, verliert zwar die Darstellung bei den Einsichtigen ihrer Wirkung, aber wirkt umso stärker auf die Nicht-Einsichtigen, welche bei einer sorgsamen, maßvollen Darlegung gleichgültig geblieben wären. Da diese aber bedeutend in der Mehrzahl sind und stärkere Willenskräfte ungestümere Lust zum Handeln in sich beherbergen, so wird jene Übertreibung zum Anlass von Untersuchungen, Bestrafungen, Versprechen, Reorganisationen. Insofern ist es nützlich, Notstände übertrieben darzustellen. Die anscheinenden Wettermacher der Politik, wie das Volk bei dem, welcher sich auf das Wetter versteht und es um einen Tag voraussagt, im Stillen annimmt, dass er das Wetter mache, so legen selbst Gebildete und Gelehrte mit einem Aufwand von abergläubischem Glauben großen Staatsmännern alle die wichtigen Veränderungen und Konjunkturen, welche während ihrer Regierung eintraten, als deren eigenstes Werk bei, wenn es nur ersichtlich ist, dass jene etwas davon eher wussten, als andere und ihre Berechnungen danach machten. Sie werden also ebenfalls als Wettermacher genommen und dieser Glaube ist nicht das geringste Werkzeug ihrer Macht. Neuer und alter Begriff der Regierung Zwischen Regierung und Volke so zu scheiden, als ob hier zwei getrennte Machtsphären, eine stärkere, höhere, mit einer schwächeren, niederen verhandelten und sich vereinbarten, ist ein Stück vererbter politischer Empfindung, welches der historischen Feststellung der Machtverhältnisse in den meisten Staaten noch jetzt genau entspricht. Wenn zum Beispiel Bismarck die konstitutionelle Form als einen Kompromiss zwischen Regierung und Volk bezeichnet, so redet er gemäß einem Prinzip, welches seine Vernunft in der Geschichte hat, eben daher freilich auch den Beisatz von Unvernunft ohne den Nichtsmenschliches existieren kann. Dagegen soll man nun lernen, gemäß dem Prinzip, welches rein aus dem Kopf verentsprungen ist und erst Geschichte machen soll, dass Regierung nichts als ein Organ des Volkes sei, nicht ein vorsorgliches, verehrungswürdiges Oben im Verhältnis zu einem an Bescheidenheit gewöhnten Unten. Bevor man diese bis jetzt unhistorische und willkürliche, wenn auch logischere Auffassung des Begriffes Regierung annimmt, möge man doch ja die Folgen erwähnen. Denn das Verhältnis zwischen Volk und Regierung ist das stärkste vorbildliche Verhältnis, nach dessen Messer sich unwillkürlich der Verkehr zwischen Lehrer und Schüler, Hausherren und Dienerschaft, Vater und Familie, Heerführer und Soldat, Meister und Lehrling bildet. Alle diese Verhältnisse gestalten sich jetzt unter dem Einfluss der herrschenden konstitutionellen Regierungsform ein wenig um. Sie werden Kompromisse. Aber wie müssen sie sich verkehren und verschieben, Namen und Wesen wechseln, wenn jener allerneueste Begriff überall sich der Köpfe bemeistert hat, wozu es aber wohl ein Jahrhundert noch brauchen dürfte. Hierbei ist nichts mehr zu wünschen als Vorsicht und langsame Entwicklung. Gerechtigkeit als Parteienlockruf Wohl können edle, wenn auch nicht gerade sehr einsichtsvolle Vertreter der herrschenden Klasse sich geloben, wir wollen die Menschen als gleich behandeln, ihnen gleiche Rechte zugestehen. Insofern ist eine sozialistische Denkungsweise, welche auf Gerechtigkeit ruht, möglich. Aber wie gesagt, nur innerhalb der herrschenden Klasse, welche in diesem Falle die Gerechtigkeit mit Opfern und Verleugnungen übt. Dagegen Gleichheit der Rechte fordern, wie es die Sozialisten der unterworfenen Kaste tun, ist nimmermehr der Ausfluss der Gerechtigkeit, sondern der Begehrlichkeit. Wenn man der Bestie blutige Fleischstücke aus der Nähe zeigt und wieder wegzieht, bis sie endlich brüllt, meint ihr, dass dieses Gebrüll Gerechtigkeit bedeute? Besitz und Gerechtigkeit Wenn die Sozialisten nachweisen, dass die Eigentumsverteilung in der gegenwärtigen Menschheit die Konsequenz zahlloser Ungerechtigkeiten und Gewaltsamkeiten ist und in Summa die Verpflichtung gegen etwas so unrecht Begründetes ablehnen, so sehen sie nur etwas Einzelnes. Die ganze Vergangenheit der alten Kultur ist auf Gewalt, Glaverei, Betrug, Irrtum aufgebaut. Wir können aber uns selbst, die Erben aller dieser Zustände, ja die Kongreszenten aller jener Vergangenheit nicht weg dekretieren und dürfen nicht ein einzelnes Stück herausziehen wollen. Die ungerechte Gesinnung steckt in den Seelen der Nichtbesitzenden auch, sie sind nicht besser als die Besitzenden und haben kein moralisches Vorrecht, denn irgendwann sind ihre Vorfahren Besitzende gewesen. Nicht gewaltsame neue Verteilungen, sondern allmähliche Umschaffungen des Sinnes tun Not. Die Gerechtigkeit muss in allen größer werden, der gewalttätige Instinkt schwächer. Der Steuermann der Leidenschaften der Staatsmann erzeugt öffentliche Leidenschaften, um den Gewinn von der dadurch erweckten Gegenleidenschaft zu haben. Um ein Beispiel zu nehmen, so weiß ein deutscher Staatsmann wohl, dass die katholische Kirche niemals mit Russland gleiche Pläne haben wird, dass ich viel lieber mit den Türken verbünden würde, als mit ihm. Ebenso weiß er, dass Deutschland alle Gefahr von einem Bündnisse Frankreichs mit Russland droht. Kann er es nun dazu bringen, Frankreich zum Herd und Hort der katholischen Kirche zu machen, so hat er diese Gefahr auf eine lange Zeit besiegt. Er hat demnach ein Interesse daran, Hass gegen die Katholiken zu zeigen und durch Feindseligkeiten aller Art die Bekenner der Autorität des Papstes in eine leidenschaftliche politische Macht zu verwandeln, welche der deutschen Politik feindlich ist und sich naturgemäß mit Frankreich als dem Widersacher Deutschlands verschmelzen muss. Sein Ziel ist ebenso notwendig, die Katholisierung Frankreichs, als Mirabeau in der Dekatholisierung das Heil des Vaterlandes sah. Der eine Staat will also die Verdunkelung von Millionenköpfen eines anderen Staates, um seinen Vorteil aus dieser Verdunkelung zu ziehen. Es ist dies dieselbe Gesinnung, welches die republikanische Regierungsform des nachbarlichen Staates, les désordre organisés, wie Merimet sagt, aus dem alleinigen Grunde unterstützt, weil sie von dieser annimmt, dass sie das Volk schwächer, zerrissener und kriegsunfähiger mache. Die Gefährlichen unter den Umsturzgeistern, man teile die, welche auf einen Umsturz der Gesellschaft bedacht sind, in solche ein, welche für sich selbst und in solche, welche für ihre Kinder und Enkel etwas erreichen wollen. Die Letzteren sind die Gefährlicheren, denn sie haben den Glauben und das gute Gewissen der Uneigennützigkeit. Die anderen kann man abspeisen, dazu ist die herrschende Gesellschaft immer noch reich und klug genug. Die Gefahr beginnt, sobald die Ziele unpersönlich werden. Die Revolutionäre aus unpersönlichen Interessen dürfen alle Verteidiger des Bestehenden als persönlich interessiert ansehen und sich deshalb ihnen überlegen fühlen. Politischer Wert der Vaterschaft Wenn der Mensch keine Söhne hat, so hat er kein volles Recht, über die Bedürfnisse eines einzelnen Staatswesens mitzureden. Man muss selber mit den anderen sein Liebstes daran gewagt haben, das erst bindet an den Staat fest. Man muss das Glück seiner Nachkommen ins Auge fassen, also vor allem Nachkommen haben, um an allen Institutionen und deren Veränderungen rechten, natürlichen Anteil zu nehmen. Die Entwicklung der höheren Moral hängt daran, dass einer Söhne hat. Dies stimmt ihn unegoistisch oder richtiger, es erweitert seinen Egoismus der Zeitdauer nach und lässt ihn Ziele über seine individuelle Lebenslänge hinaus mit Ernst verfolgen. Ahnenstolz Auf eine ununterbrochene Reihe guter Ahnen bis zum Vater herauf darf man mit Recht stolz sein, nicht aber auf die Reihe, denn diese hat jeder. Die Herkunft von guten Ahnen macht den echten Geburtsadel aus. Eine einzige Unterbrechung in jener Kette, ein böser Vorfahr also, hebt den Geburtsadel auf. Man soll jeden, welcher von seinem Adel redet, fragen, hast du keinen gewalttätigen, habsüchtigen, ausschweifenden, boshaften, grausamen Menschen unter deinen Vorfahren? Kann er darauf in gutem Wissen und Gewissen mit Nein antworten, so bewerbe man sich um seine Freundschaft. Sklaven und Arbeiter, dass wir Mehrwert auf Befriedigung der Eitelkeit Es auf alles Übrige Wohl befinden, Sicherheit, Unterkommen, Vergnügen aller Art legen, zeigt sich in einem lächerlichen Grade daran, dass jedermann, abgesehen von politischen Gründen, die Aufhebung der Sklaverei wünscht und es aufs Ärgste verabscheut, Menschen in diese Lage zu bringen. Während jeder sich sagen muss, dass die Sklaven in allen Beziehungen sicherer und glücklicher leben als der moderne Arbeiter, dass Sklavenarbeit sehr wenig Arbeit im Verhältnis zu der des Arbeiters ist. Man protestiert im Namen der Menschenwürde, das ist aber schlichter ausgedrückt jene liebe Eitelkeit, welche das Nicht-Gleich gestellt sein, das öffentlich niedriger geschätzt werden, als das härteste Los empfindet. Der Zyniker denkt anders darüber, weil er die Ehre verachtet. Und so war Diogenes eine Zeitlang Sklave und Hauslehrer. Leitende Geister und ihre Werkzeuge. Hier sehen große Staatsmänner und überhaupt alle die, welche sich vieler Menschen zur Durchführung ihrer Pläne bedienen müssen, bald so, bald so verfahren. Entweder wählen sie sehr fein und sorgsam die zu ihren Plänen passenden Menschen aus und lassen ihnen dann verhältnismäßig große Freiheit, weil sie wissen, dass die Natur dieser Ausgewählten sie eben dahin treibt, wohin sie selber jene haben wollen. Oder sie wählen schlecht, ja nehmen, was ihnen unter die Hand kommt, formen aber aus jedem Tone etwas für ihre Zwecke Taugliches. Diese letzte Art ist die Gewaltsamere, sie begehrt auch unterwürfigere Werkzeuge, ihre Menschenkenntnis ist gewöhnlich viel geringer, ihre Menschenverachtung größer als bei den erstgenannten Geistern, aber die Maschine, welche sie konstruieren, arbeitet gemeinhin besser als die Maschine aus der Werkstätte jene. Willkürliches Recht notwendig. Die Juristen streiten, ob das am vollständigsten durchdachte Recht oder das am leichtesten zu Verstehende in einem Volke zum Sieg kommen solle. Das Erste, dessen höchstes Muster das Römische ist, erscheint dem Laien als unverständlich und deshalb nicht als Ausdruck seiner Rechtsempfindung. Die Volksrechte, zum Beispiel die Germanischen, waren grob, abergläubisch, unlogisch, zum Teil albern, aber sie entsprachen ganz bestimmten vererbten heimischen Sitten und Empfindungen. Wo aber Recht nicht mehr wie bei uns herkommen ist, da kann es nur befohlen, Zwang sein. Wir haben alle kein herkömmliches Rechtsgefühl mehr, deshalb müssen wir uns Willkürsrechte gefallen lassen, die der Ausdruck der Notwendigkeit sind, dass es kein Recht geben müsse. Das Logische ist dann jedenfalls das Annehmbarste, weil es das Unparteilichste ist, zugegeben selbst, dass in jedem Falle die kleinste Maßeinheit im Verhältnis von Vergehen und Strafe willkürlich angesetzt ist. Der große Mann der Masse Das Rezept zu dem, was die Masse einen großen Mann nennt, ist leicht gegeben. Unter allen Umständen verschaffe man ihr etwas, das ihr sehr angenehm ist, oder setze ihr erst in den Kopf, dass dies und jenes sehr angenehm wäre, und gebe es ihr dann. Doch um keinen Preis sofort, sondern man erkämpfe es mit größter Anstrengung oder scheine es zu erkämpfen. Die Masse muss den Eindruck haben, dass eine mächtige, ja unbezwingliche Willenskraft da sei. Mindestens muss sie da zu sein scheinen. Den starken Willen bewundert jedermann, weil niemand ihn hat, und jedermann sich sagt, dass wenn er ihn hätte, es für ihn und seinen Egoismus keine Grenze mehr gäbe. Zeigt sich nun, dass ein solch starker Wille etwas der Masse sehr Angenehmes bewirkt, statt auf die Wünsche seiner Begehrlichkeit zu hören, so bewundert man noch einmal und wünscht sich selber Glück. Im Übrigen habe er alle Eigenschaften der Masse. Umso weniger schämt sie sich vor ihm, umso mehr ist er populär. Also, er sei gewalttätig, neidisch, ausbeuterisch, intrigant, schmeichlerisch, kriechend, aufgeblasen, ja nach Umständen alles. Fürst und Gott Die Menschen verkehren mit ihrem Fürsten vielfach in ähnlicher Weise wie mit ihrem Gotte. Ja, wie vielfach auch der Fürst, der Repräsentant des Gottes, mindestens sein Oberpriester war. Diese fast unheimliche Stimmung von Verehrung und Angst und Scham war und ist viel schwächer geworden, aber mitunter lodert sie auf und heftet sich an mächtige Personen überhaupt. Der Kultur des Genius ist ein Nachklang dieser Götter-Fürsten Verehrung. Überall, wo man sich bestrebt, einzelne Menschen in das Übermenschliche hinaufzuheben, entsteht auch die Neigung, ganze Schichten des Volkes sich roher und niedriger vorzustellen, als sie wirklich sind. Meine Utopie In einer besseren Ordnung der Gesellschaft wird die schwere Arbeit und Not des Lebens dem zuzumessen sein, welcher am wenigsten durch sie leidet, also dem stumpfsten und so schrittweise aufwärts bis zu dem, welcher für die höchsten sublimierten Gattungen des Leidens am empfindlichsten ist und deshalb selbst noch bei der größten Erleichterung des Lebens leidet. Ein Wahn in der Lehre vom Umsturz. Es gibt politische und soziale Phantasten, welche feurig und berät zu einem Umsturz aller Ordnungen auffordern, in dem Glauben, dass dann sofort das stolzeste Tempelhaus schönen Menschentums gleichsam von selbst sich erheben würde. In diesen gefährlichen Träumen klingt noch der Aberglaube Rousseaus nach, welcher an eine wundergleiche ursprüngliche aber gleichsam verschüttete Güte der menschlichen Natur glaubt und den Institutionen der Kultur in Gesellschaft, Staat, Erziehung alle Schuld jener Verschüttungen beimisst. Leider weiß man aus historischen Erfahrungen, dass jeder solche Umsturz die wildesten Energien als die längst begrabenen Fruchtbarkeiten und Maßlosigkeiten fernster Zeitalter von Neuem zur Auferstehung bringt. Dass also ein Umsturz wohl eine Kraftquelle in einer matt gewordenen Menschheit sein kann, nimmermehr aber ein Ordner, Baumeister, Künstler, Vollender der menschlichen Natur. Nicht Voltaires maßvolle dem Ordnen Reinigen und Umbauen zugeneigte Natur, sondern Rousseau's leidenschaftliche Torheit und Halblügen haben den optimistischen Geist der Revolution wachgerufen, gegen den ich rufe Écrasse l'infemme. Durch ihn ist der Geist der Aufklärung und der fortschreitenden Entwicklung auf lange verscheucht worden. Sehen wir zu, ein jeder bei sich selber, ob es möglich ist, ihn wieder zurückzurufen. Maß Die Entschiedenheit des Denkens und Forschens, also die Freigeisterei zur Eigenschaft des Charakters geworden, macht im Handeln mäßig. Denn sie schwächt die Begehrlichkeit, zieht viel von der vorhandenen Energie an sich zur Förderung geistiger Zwecke und zeigt das Halbnützliche oder Unnütze und Gefährliche aller plötzlichen Veränderungen. Auferstehung des Geistes Auf dem politischen Krankenbette verjüngt ein Volk gewöhnlich sich selbst und findet seinen Geist wieder, den es im Suchen und Behaupten der Macht allmählich verlor. Die Kunst verdankt das Allerhöchste den politisch geschwächten Zeiten. Neue Meinungen im alten Hause Dem Umsturz der Meinungen folgt der Umsturz der Institutionen nicht sofort nach. Vielmehr wohnen die neuen Meinungen lange Zeit im verödeten und unheimlich gewordenen Hause ihrer Vorgängerinnen und konservieren es selbst aus Wohnungsnot Schulwesen Das Schulwesen wird in großen Staaten immer höchstens mittelmäßig sein, aus dem selben Grunde, aus dem in großen Küchen bestenfalls mittelmässig gekocht wird. Unschuldige Korruption In allen Institutionen, in welche nicht die scharfe Luft der öffentlichen Kritik hineinweht, wächst eine unschuldige Korruption auf wie ein Pilz, also zum Beispiel in gelehrten Körperschaften und Senaten. Gelehrte als Politiker Gelehrten, welche Politiker werden, wird gewöhnlich die komische Rolle zugeteilt, das gute Gewissen einer Politik sein zu müssen. Der Wolf hinter dem Schafe versteckt fast jeder Politiker hat unter gewissen Umständen einmal einen ehrlichen Mann so nötig, dass er gleich einem heißhungrigen Wolfe in einen Schafstall bricht. Nicht aber, um dann den Geraubten wieder zu fressen, sondern um sich hinter seinen wolligen Rücken zu verstecken. Glückszeiten Ein Wünschen wollen, aber nicht haben wollen und jeder Einzelne, wenn ihm gute Tage kommen, förmlich um Unruhe und Elend beten lernt. Das Schicksal der Menschen ist auf glückliche Augenblicke eingerichtet, jedes Leben hat solche, aber nicht auf glückliche Zeiten. Trotzdem werden diese als das Jenseits der Berge in der Fantasie des Menschen bestehen bleiben, als Erbstück der Urväter. Denn man hat wohl den Begriff des Glückszeitalters seit uralten Zeiten her jenem Zustande entnommen, in dem der Mensch nach gewaltiger Anstrengung durch Jagd und Krieg sich der Ruhe übergibt, die Glieder streckt und die Fittige des Schlafs um sich rauschen hört. Es ist ein falscher Schluss, wenn der Mensch jener alten Gewöhnung gemäß sich vorstellt, dass er nun auch nach ganzen Zeiträumen der Not und Mühsal jenes Zustandes des Glücks in entsprechender Steigerung und Dauer teilhaftig werden könne. Religion und Regierung Solange der Staat oder deutlicher die Regierung sich als Vormund zugunsten einer unmündigen Menge bestellt weiß und um ihretwillen die Frage erwägt, ob die Religion zu erhalten oder zu beseitigen sei, wird sie höchstwahrscheinlich sich immer für die Erhaltung der Religion entscheiden. Denn die Religion befriedigt das einzelne Gemüt in Zeiten des Verlusts, der Entbehrung, des Schreckens, des Misstrauens, also da, wo die Regierung sich außerstande fühlt, direkt etwas zur Linderung der seelischen Leiden des Privatmanns zu tun. Der selbst bei allgemeinen, unvermeidlichen und zunächst unabwendbaren Übeln, Hungersnöten, Geldkrisen, Kriegen, gewährt die Religion eine beruhigte, abwartende, vertrauende, Haltung der Menge. Überall, wo die notwendigen oder zufälligen Mängel der Staatsregierung oder die gefährlichen Konsequenzen dynastischer Interessen dem Einsichtigen sich bemerklich machen und ihn widerspenstig stimmen, werden die Nicht-Einsichtigen den Finger Gottes zu sehen meinen und sich in Geduld den Anordnungen von oben, in welchen Begriffe göttliche und menschliche Regierungsweise gewöhnlich verschmelzen, unterwerfen. So wird der innere bürgerliche Friede und die Kontinuität der Entwicklung gewahrt. Die Macht, welche in der Einheit der Volksempfindung in gleichen Meinungen und Zielen für alle liegt, wird durch die Religion beschützt und besiegelt, jene seltenen Fälle abgerechnet, wo eine Priesterschaft mit der Staatsgewalt sich über den Preis nicht einigen kann und in Kampf tritt. Für gewöhnlich wird der Staat sich die Priester zu gewinnen wissen, weil er ihre allerprivatesten verborgenen Erziehung der Seelen benötigt ist und Diener zu schätzen weiß, welche scheinbar und äußerlich ein ganz anderes Interesse vertreten. Ohne Beihilfe der Priester kann auch jetzt noch keine Macht legitim werden, wie Napoleon begriff. So gehen absolute vormundschaftliche Regierung und sorgsame Erhaltung der Religion notwendig miteinander. Dabei ist vorauszusetzen, dass die regierenden Personen und Klassen über den Nutzen, welchen ihnen die Religion gewährt, aufgeklärt werden und somit bis zu einem Grade sich ihr Überlegen fühlen, insofern sie dieselbe als Mittel gebrauchen. Weshalb hier die Freigeisterei ihren Ursprung hat. Wie aber, wenn jene ganz verschiedenen Auffassungen des Begriffs der Regierung, wie sie in demokratischen Staaten gelehrt wird, durchzudringen anfängt, wenn man in ihr nichts als das Werkzeug des Volkswillens sieht, kein Oben im Vergleich zu einem Unten, sondern lediglich eine Funktion des alleinigen Souveräns, des Volkes. Hier kann auch nur dieselbe Stellung, welche das Volk zur Religion einnimmt, von der Regierung eingenommen werden. Jene Verbreitung von Aufklärung wird bis in ihre Vertreter hineinklingen müssen, eine Benutzung und Ausbeutung der religiösen Triebkräfte und Tröstungen zu staatlichen Zwecken wird nicht so leicht möglich sein. Es sei denn, dass mächtige Parteiführer zeitweilig einen Einfluss üben, welcher dem des aufgeklärten Despotismus ähnlich sieht. Wenn aber der Staat keinen Nutzen mehr aus der Religion selber ziehen darf oder das Volk viel zu mannigfach über religiöse Dinge denkt, als dass es der Regierung ein gleichartiges einheitliches Vorgehen bei religiösen Maßregeln gestatten dürfte, so wird notwendig sich der Ausweg zeigen, die Religion als Privatsache zu behandeln und dem Gewissen und der Gewohnheit eines jeden Einzelnen zu überantworten. Die Folge ist zuallererst diese, dass das religiöse Empfinden verstärkt erscheint, insofern versteckte und unterdrückte Regungen desselbens, welchen der Staat unwillkürlich oder absichtlich keine Lebensluft gönnte, jetzt hervorbrechen und bis ins Extreme ausschweifen. Später erweist sich, dass die Religion von Sekten überwuchert wird und dass eine Fülle von Drachenzähnen in dem Augenblick gesät worden ist, als man die Religion zur Privatsache machte. Der Anblick des Streites, die feindselige Bloßlegung aller Schwächen religiöser Bekenntnisse lässt endlich keinen Ausweg mehr zu, als dass jeder Bessere und Begabtere die Irreligiosität zu seiner Privatsache macht. Als welche Gesinnung nun auch in dem Geiste der regierenden Personen die Oberhand bekommt und fast wider ihren Willen, ihren Maßregeln einen religionsfeindlichen Charakter gibt. Sobald dies eintritt, wandelt sich die Stimmung der noch religiös bewegten Menschen, welche früher den Staat als etwas Halb oder ganz Heiliges adorierten, in eine entschieden Staatsfeindliche um. Sie lauern den Maßregeln der Regierung auf, suchen zu hemmen, zu kreuzen, zu beunruhigen so viel sie können und treiben dadurch die Gegenpartei, die Irreligiöse, durch die Hitze ihres Widerspruchs in eine fast fanatische Begeisterung für den Staat hinein. Wobei im Stillen noch mitwirkt, dass in diesen Kreisen die Gemüter seit der Trennung von der Religion eine Lehre spüren und sich vorläufig durch die Hingebung an den Staat einen Ersatz, eine Art von Ausfüllung zu schaffen suchen. Nach diesen vielleicht lange dauernden Übergangskämpfen entscheidet es sich endlich, ob die religiösen Parteien noch stark genug sind, um einen alten Zustand heraufzubringen und das Rad zurückzudrehen. In welchem Falle unvermeidlich der aufgeklärte Despotismus, vielleicht weniger aufgeklärt und ängstlicher als früher, den Staat in die Hände bekommt, oder ob die religionslosen Parteien sich durchsetzen und die Fortpflanzung ihrer Gegnerschaft einige Generationen hindurch etwa durch Schule und Erziehung untergraben und endlich unmöglich machen. Dann aber lässt auch bei ihnen jene Begeisterung für den Staat nach. Immer deutlicher tritt hervor, dass mit jener religiösen Adoration, für welche er ein Mysterium, eine überweltliche Stiftung ist, auch das ehrfürchtige und pietätvolle Verhältnis zu ihm erschüttert ist. Förderhin sehen die Einzelnen immer nur die Seite an ihm, wo er ihnen nützlich oder schädlich werden kann und drängen sich mit allen Mitteln heran, um Einfluss auf ihn zu bekommen. Aber diese Konkurrenz wird bald zu groß, die Menschen und Parteien wechseln zu schnell, stürzen sich gegenseitig zu wild vom Berge wieder herab, nachdem sie kaum oben angelangt sind. Es fehlt allen Maßregeln, welche von einer Regierung durchgesetzt werden, die Bürgschaft ihrer Dauer. Man scheut vor Unternehmungen zurück, welche auf Jahrzehnte, Jahrhunderte hinaus ein stilles Wachstum haben müssten, um reich für Früchte zu zeigen. Niemand fühlt eine andere Verpflichtung gegen ein Gesetz mehr, als die, sich augenblicklich der Gewalt, welche ein Gesetz einbrachte, zu beugen. Sofort geht man aber daran, es durch eine neue Gewalt, eine neu zu bildende Majorität zu unterminieren. Zuletzt, man kann es mit Sicherheit aussprechen, muss das Misstrauen gegen alles Regierende, die Einsicht in das nutzlose und Aufreibende dieser kurzatmigen Kämpfe, die Menschen zu einem ganz neuen Entschluss drängen, zur Abschaffung des Staatsbegriffs, zur Aufhebung des Gegensatzes privat und öffentlich. Die Privatgesellschaften ziehen Schritt vor Schritt die Staatsgeschäfte in sich hinein. Selbst der zäheste Rest, welcher von der alten Arbeit des Regierens übrig bleibt, jene Tätigkeit zum Beispiel, welche die Privaten gegen die Privaten sicherstellen soll, wird zu allerletzt einmal durch Privatunternehmer besorgt werden. Die Missachtung, der Verfall und der Tod des Staates, die Entfesselung der Privatperson, ich hüte mich zu sagen, des Individuums ist die Konsequenz des demokratischen Staatsbegriffs. Hier liegt seine Mission. Hat er seine Aufgabe erfüllt, die wie alles Menschliche viel Vernunft und Unvernunft im Schoße trägt, sind alle Rückfälle der alten Krankheit überwunden, so wird ein neues Blatt im Fabelbuche der Menschheit entrollt, auf dem man allerlei seltsame Historien und vielleicht auch einiges Gute lesen wird. Um das Gesagte noch einmal kurz zu sagen, das Interesse der vormundschaftlichen Regierung und das Interesse der Religion gehen miteinander Hand in Hand, sodass, wenn letztere abzusterben beginnt, auch die Grundlage des Staates erschüttert wird. Der Glaube an eine göttliche Ordnung der politischen Dinge, an ein Mysterium in der Existenz des Staates ist religiösen Ursprungs. Schwindet die Religion, so wird der Staat unvermeidlich seinen alten Isis-Schleier verlieren und keine Ehrfurcht mehr erwecken. Die Souveränität des Volkes in der Nähe gesehen, dient dazu, auch den letzten Zauber- und Aberglauben auf dem Gebiete dieser Empfindung zu verscheuchen. Die moderne Demokratie ist die historische Form vom Verfall des Staates. Die Aussicht, welche sich durch diesen sicheren Verfall ergibt, ist aber nicht in jedem Betracht eine unglückselige. Die Klugheit und der Eigennutz der Menschen sind von allen ihren Eigenschaften am Besten ausgebildet. Wenn den Anforderungen dieser Kräfte der Staat nicht mehr entspricht, so wird am wenigsten das Chaos eintreten, sondern eine noch zweckmäßigere Erfindung, als der Staat es war, zum Siege über den Staat kommen. Wie manche organisierende Gewalt hat die Menschheit schon absterben sehen. Zum Beispiel die der Geschlechtsgenossenschaft, als welche jahrtausende lang viel mächtiger war als die Gewalt der Familie, ja längst bevor diese bestand, schon waltete und ordnete. Wir selber sehen den bedeutenden Recht- und Machtgedanken der Familie, welche einmal so weit wie römisches Wesen reichte, die Herrschaft besaß, immer blasser und ohnmächtiger werden. So wird ein späteres Geschlecht auch den Staat in einzelnen Strecken der Erde bedeutungslos werden sehen. Eine Vorstellung, an welche viele Menschen der Gegenwart kaum ohne Angst und Abscheu denken können. An der Verbreitung und Verwirklichung dieser Vorstellung zu arbeiten, ist freilich ein anderer Ding. Man muss sehr anmaßend von seiner Zukunft denken und die Geschichte kaum halb verstehen, um jetzt schon die Hand an den Flug zu legen. Während noch niemand die Samenkörner aufzeigen kann, welche auf das zerrissene Erdreich nachher gestreut werden sollen. Vertrauen wir also der Klugheit und dem Eigennutzen der Menschen, dass jetzt noch der Staat eine gute Weile bestehen bleibt und zerstörerische Versuche übereifriger und voreiliger Halbwisser abgewiesen werden. Der Sozialismus in Hinsicht auf seine Mittel Der Sozialismus ist der fantastische jüngere Bruder des fast abgelebten Despotismus, den er beerben will. Seine Bestrebungen sind also im tiefsten Verstande reaktionär. Denn er begehrt eine Fülle der Staatsgewalt, wie sie nur jeder Despotismus gehabt hat. Ja, er überbietet alles Vergangene dadurch, dass er die förmliche Vernichtung des Individuums anstrebt, als welches ihm wie ein unberechtigter Luxus der Natur vorkommt und durch ihn in ein zweckmäßiges Organ des Gemeinwesens umgebessert werden soll. Seiner Verwandtschaft wegen erscheint er immer in der Nähe aller exzessiven Machtentfaltungen wie der alte typische Sozialist Plato am Hofe des Sizilischen Tyrannen. Er wünscht und befördert unter Umständen den zäsarischen Gewaltstaat dieses Jahrhunderts, weil er wie gesagt sein Erbe werden möchte. Aber selbst diese Erbschaft würde für seine Zwecke nicht ausreichen. Er braucht die aller untertänigste Niederwerfung aller Bürger vor dem unbedingten Staate, die niemals etwas Gleiches existiert hat. Und da er nicht einmal auf die alte religiöse Pietät gegen den Staat mehr rechnen darf, vielmehr an deren Beseitigung unwillkürlich fortwährend arbeiten muss, nämlich weil er an der Beseitigung aller bestehenden Staaten arbeitet, so kann er sich nur auf kurze Zeiten durch den äußersten Terrorismus hier und da einmal auf Existenz Hoffnung machen. Deshalb bereitet er sich im Stillen zu Schreckensherrschaften vor und treibt den halbgebildeten Massen das Wort Gerechtigkeit wie einen Nagel in den Kopf, um sie ihres Verstandes völlig zu berauben, nachdem dieser Verstand schon durch die Halbbildung sehr gelitten hat, und ihnen für das böse Spiel, das sie spielen sollen, ein gutes Gewissen zu schaffen. Der Sozialismus kann dazu dienen, die Gefahr aller Anhäufungen von Staatsgewalt recht brutal und eindringlich zu lehren und insofern vor dem Staate selbst Misstrauen einzuflößen. Wenn seine raue Stimme in das Feld gestrei so viel Staat wie möglich einfällt, so wird dieses zunächst dadurch lärmender als je. Aber bald dringt auch das Entgegengesetzte mit umso größerer Kraft hervor. So wenig Staat wie möglich. Die Entwicklung des Geistes vom Staate gefürchtet. Die griechische Polis war, wie jede organisierende politische Macht, ausschließend und misstrauisch gegen das Wachstum der Bildung. Ihr gewaltiger Grundtrieb zeigte sich fast nur lähmend und hemmend für dieselbe. Sie konnte keine Geschichte, kein Werden in der Bildung gelten lassen. In dem Staatsgesetz festgestellte Erziehung sollte alle Generationen verpflichten und auf einer Stufe festhalten. Nicht anders wollte es später auch noch Plato für seinen idealen Staat. Trotz der Polis entwickelte sich also die Bildung. Indirekt freilich und wider Willen half sie mit, weil die Ehrsucht des Einzelnen in der Polis aufs Höchste angereizt wurde, sodass er, einmal auf die Bahn geistiger Ausbildung geraten, auch in ihr bis ins letzte extrem fortging. Dagegen soll man sich nicht auf die Verherrlichungsrede des Pericles berufen, denn sie ist nur ein großes optimistisches Trugbild über den angeblich notwendigen Zusammenhang von Polis und athenischer Kultur. Thucydides lässt sie unmittelbar bevor die Nacht über Athen kommt, die Pest und der Abbruch der Tradition noch einmal wie eine verklärende Abendröte aufleuchten, bei der man den schlimmen Tag vergessen soll, der ihr voranging. Der europäische Mensch und die Vernichtung der Nationen, der Handel und die Industrie, der Bücher und Briefverkehr, die Gemeinsamkeit aller höheren Kultur, das schnelle Wechseln von Haus und Landschaft, das jetzige Nomadenleben aller Nicht-Land Besitzer. Diese Umstände bringen notwendig eine Schwächung und zuletzt eine Vernichtung der Nationen, mindestens der europäischen, mit sich. Sodass aus ihnen allen infolge fortwährender Kreuzungen eine Mischrasse die des europäischen Menschen entstehen muss. Diesem Ziele wirkt jetzt bewusst oder unbewusst die Abschließung der Nationen durch Erzeugung nationaler Feindseligkeiten entgegen, aber langsam geht der Gang jener Mischung dennoch vorwärts, trotz jener zeitweiligen Gegenströmungen. Dieser künstliche Nationalismus ist übrigens so gefährlich wie der künstliche Katholizismus es gewesen ist, denn er ist in seinem Wesen ein gewaltsamer Not- und Belagerungszustand, welcher von wenigen über viele verhängt ist und braucht List, Lüge und Gewalt, um sich in Ansehen zu halten. Nicht das Interesse der vielen, der Völker, wie man wohl sagt, sondern vor allem das Interesse bestimmter Fürstendynastien, so dann das bestimmter Klassen, des Handels und der Gesellschaft treibt zu diesem Nationalismus. Hat man dies einmal erkannt, so soll man sich nur ungescheut als guten Europäer ausgeben und durch die Tat an der Verschmelzung der Nationen arbeiten. Wobei die Deutschen durch ihre alte bewährte Eigenschaft Dolmetscher und Vermittler der Völker zu sein mitzuhelfen Vermögen. Beiläufig, das ganze Problem der Juden ist nur innerhalb der nationalen Staaten vorhanden, insofern hier überall ihre Tatkräftigkeit und höhere Intelligenz ihr in langer Leidensschule von Geschlecht zu Geschlecht angehäuftes Geist und Willenskapital in einem Neid- und Hass erweckenden Maße zum Übergewicht kommen muss, sodass die literarische Unart fast in allen jetzigen Nationen überhand nimmt, und zwar je mehr diese sich wieder national gebärden, die Juden als Sündenböcke aller möglichen öffentlichen und inneren Menschenrechte und jene jene Eigenschaften mögen sogar bei ihm in besonderem Maße gefährlich und abschreckend sein und vielleicht ist der jugendliche Börsenjude die widerlichste Erfindung des Menschengeschlechts überhaupt überhaupt. Trotzdem möchte ich wissen, wie viel man bei einer Gesamtabrechnung einem Volke nachsehen muss, welches nicht ohne unser aller Schuld die leidvollste Geschichte unter allen Völkern gehabt hat und dem man den edelsten Menschen Christus, den reinsten Weisen Spinoza, das mächtigste Buch und das wirkungsvollste Sittengesetz der Welt verdanken. Überdies, in den dunkelsten Zeiten des Mittelalters, als sich die asiatische Wolkenschicht schwer über Europa gelagert hatte, waren es jüdische Freidenker, Gelehrte und Ärzte, welche das Banner der Aufklärung und der geistigen Unabhängigkeit unter dem härtesten persönlichen Zwange festhielten und Europa gegen Asien verteidigten. Ihren Bemühungen ist es nicht am wenigsten zu danken, dass eine natürlichere, vernunftgemäßere und jedenfalls unmythische Erklärung der Welt endlich wieder zum Siege kommen konnte und dass der Ring der Kultur, welche uns jetzt mit der Aufklärung des griechisch-römischen Altertums zusammenknüpft, unzerbrochen blieb. Wenn das Christentum alles getan hat, um den Oktzident zu orientalisieren, so hat das Judentum wesentlich dabei mitgeholfen, ihn wieder zu oktzidentalisieren, was in einem bestimmten Sinne so viel heißt, als Europas Aufgabe und Geschichte zu einer Fortsetzung der griechischen zu machen. Scheinbare Überlegenheit des Mittelalters Das Mittelalter zeigt in der Kirche ein Institut mit einem ganz Universalen, die gesamte Menschheit in sich begreifenden Ziele, noch dazu einem solchen, welches den vermeintlich höchsten Interessen derselben galt. Dagegen gesehen, manche die Ziele der Staaten und Nationen, welche die neuere Geschichte zeigt, einen beklemmenden Eindruck. Sie erscheinen kleinlich, niedrig, materiell, räumlich beschränkt. Aber dieser verschiedene Eindruck auf die Fantasie soll unser Urteil ja nicht bestimmen, denn jenes universelle Institut entsprach erkünstelten, auf Fiktionen beruhenden Bedürfnissen, welche es, wo sie noch nicht vorhanden waren, erst erzeugen musste, Bedürfnis der Erlösung. Die neuen Institute helfen wirklichen Notzuständen ab. Und die Zeit kommt, wo Institute entstehen, um den gemeinsamen wahren Bedürfnissen aller Menschen zu dienen und das fantastische Urbild, die katholische Kirche in Schatten und Vergessenheit zu stellen. Der Krieg unentbehrlich. Es ist eitel Schwärmerei und Schönseelentum, von der Menschheit noch viel oder gar erst recht viel zu erwarten, wenn sie verlernt hat, Kriege zu führen. Einstweilen kennen wir keine anderen Mittel, wodurch mattwerdenden Völkern jene raue Energie des Feldlagers, jener tiefe unpersönliche Hass, jene Mörder-Kaltblütigkeit mit gutem Gewissen, jene gemeinsame organisierende Glut in der Vernichtung des Feindes, jene stolze Gleichgültigkeit gegen große Verluste, gegen das eigene Dasein und das der Befreundeten, jenes dumpfe erdbebenhafte Erschüttern der Seele ebenso stark und sicher mitgeteilt werden könnte, wie dies jener große Krieg tut. Von den hier hervorbrechenden Bächen und Strömen, welche freilich Steine und Unrat aller Art mit sich wälzen und die Wiesen zarter Kulturen zugrunde richten, werden nachher unter günstigen Umständen die Räderwerke in den Werkstätten des Geistes mit neuer Kraft umgedreht. Die Kultur kann die Leidenschaften, Laster und Bosheiten durchaus nicht entbehren. Als die kaiserlich gewordenen Römer der Kriege etwas müde wurden, versuchten sie aus Tierhetzen, Gladiatorenkämpfen und Christenverfolgungen sich neue Kraft zu gewinnen. Die jetzigen Engländer, welche im Ganzen auch dem Kriege abgesagt zu haben scheinen, ergreifen ein anderes Mittel, um jene entschwindenden Kräfte neu zu erzeugen. Jene gefährlichen Entdeckungsreisen durch Schiffungen, Erkletterungen zu wissenschaftlichen Zwecken, wie es heißt, unternommen, in Wahrheit, um überschüssige Kraft aus Abenteuern und Gefahren aller Art mit nach Hause zu bringen. Man wird noch vielerlei solche Surrogate des Krieges ausfindig machen, aber vielleicht durch sie immer mehr einsehen, dass eine solche hochkultivierte und daher notwendig matte Menschheit wie die der jetzigen Europäer, nicht nur der Kriege, sondern der größten und furchtbarsten Kriege, also zeitweiliger Rückfälle in die Barbarei, bedarf, um nicht an den Mitteln der Kultur, ihre Kultur und ihr Dasein selber einzubüßen. Fleiß im Süden und Norden Der Fleiß entsteht auf zwei ganz verschiedene Arten. Die Handwerker im Süden werden fleißig, nicht aus Erwerbstrieb, sondern aus der beständigen Bedürftigkeit der Anderen. Weil immer einer kommt, der ein Pferd beschlagen, einen Wagen ausbessern lassen will, so ist der Schmied fleißig. Käme niemand, so würde er auf dem Markte herumlungen. Sich zu ernähren, das hat in einem fruchtbaren Lande wenig Not. Dazu braucht er nur ein sehr geringes Maß von Arbeit, jedenfalls keinen Fleiß. Schließlich würde er betteln und zufrieden sein. Der Fleiß englischer Arbeiter hat dagegen den Erwerbssinn hinter sich. Er ist sich seiner Selbst und seiner Ziele bewusst und will mit dem Besitz die Macht, mit der Macht die größtmögliche Freiheit und individuelle Vornehmheit. Reichtum als Ursprung eines Geblütsadels Der Reichtum erzeugt notwendig eine Aristokratie der Rasse, denn er gestattet, die schönsten Weiber zu wählen, die besten Lehrer zu besolden, er gönnt den Menschen Reinlichkeit, Zeit zu körperlichen Übungen und vor allem Abwendung von verdumpfender körperlicher Arbeit. Soweit verschafft er alle Bedingungen, um in einigen Generationen die Menschen vornehmen und schön sich bewegen, ja selbst Handeln zu machen. Die größere Freiheit des Gemüts, die Abwesenheit des Erbärmlich Kleinen, der Erniedrigung vor Brotgebern, der Pfennig Sparsamkeit. Gerade diese negativen Eigenschaften sind das reichste Angebinde des Glücks für einen jungen Menschen. Ein ganz Armer richtet sich gewöhnlich durch Vornehmheit der Gesinnung zugrunde. Er kommt nicht vorwärts und erwirbt nichts. Seine Rasse ist nicht lebensfähig. Dabei ist aber zu bedenken, dass der Reichtum fast die gleichen Wirkungen ausübt, wenn einer 300 Thaler oder 30.000 jährlich verbrauchen darf. Es gibt nachher keine wesentliche Progression der begünstigenden Umstände mehr. Aber weniger zu haben, als Knabe zu betteln und sich zu erniedrigen, ist furchtbar. Obwohl für solche, welche ihr Glück im Glanze der Höfe, in der Unterordnung unter Mächtige und Einflussreiche suchen oder welche Kirchenhäupter werden wollen, es der rechte Ausgangspunkt sein mag. Es lehrt, gebückt, sich in die Höhlengänge der Gunst einzuschleichen. Neid und Trägheit in verschiedener Richtungen. Die beiden gegnerischen Parteien, die sozialistische und die nationale oder wie die Namen in verschiedenen Ländern Europas lauten mögen, sind einander würdig. Neid und Faulheit sind die bewegenden Mächte in ihnen beiden. In jenem Heerlager will man so wenig als möglich mit den Händen arbeiten, in diesem so wenig als möglich mit dem Kopf. In Letzterem hasst und neidet man die hervorragenden aus sich erwachsenden Einzelnen, welche sich nicht gutwillig in Reihe und Glied zum Zwecke einer Massenwirkung stellen lassen. In ersterem die bessere, äußerlich günstiger gestellte Kaste der Gesellschaft, deren eigentliche Aufgabe, die Erzeugung der höchsten Kulturgüter, das Leben innerlich umso viel schwerer und schmerzensreicher macht. Gelingt es freilich, jenen Geist der Massenwirkung zum Geiste der höheren Klassen der Gesellschaft zu machen, so sind die sozialistischen Scharen ganz im Rechte, wenn sie auch äußerlich zwischen sich und jenen zu nivellieren suchen, da sie ja innerlich in Kopf und Herz schon miteinander nivelliert sind. Lebt Lebt als höhere Menschen und tut immerfort die Taten der höheren Kultur. So gesteht euch alles, was da lebt, euer Recht zu und die Ordnung der Gesellschaft, deren Spitze ihr seid, ist gegen jeden bösen Blick und Griff gefeit. Große Politik und ihre Einbußen Ebenso wie ein Volk die größten Einbußen, welche Krieg und Kriegsbereitschaft mit sich bringen, nicht durch die Unkosten des Krieges, die Stauungen in Handel und Wandel erleidet, ebenso nicht durch die Unterhaltung der stehenden Heere, so groß diese Einbußen auch jetzt sein mögen, wo acht Staaten Europas jährlich die Summe von zwei bis drei Milliarden darauf verwenden, sondern dadurch das Jahr aus Jahr ein, die tüchtigsten, kräftigsten, arbeitsamsten Männer in außerordentlicher Zahl, ihren eigentlichen Beschäftigungen und Berufen entzogen werden, um Soldaten zu sein. Ebenso erleidet ein Volk, welches sich anschickt, große Politik zu treiben und unter den mächtigen Staaten sich eine entscheidende Stimme zu sichern, seine größten Einbußen nicht darin, worin man sie gewöhnlich findet. Es ist wahr, dass es von diesem Zeitpunkte ab fortwährend eine Menge der hervorragendsten Talente auf dem Altar des Vaterlandes oder der nationalen Ehrsucht opfert, während früher diesen Talenten, welche jetzt die Politik verschlingt, andere Wirkungskreise offen standen. Aber abseits von diesen öffentlichen Hekatomben und im Grunde viel grauenhafter als diese begibt sich ein Schauspiel, welches fortwährend in hunderttausend Akten gleichzeitig sich abspielt. Jeder tüchtige, arbeitsame, geistvolle, strebende Mensch eines solchen nach politischen Ruhmesgrenzen lüsternen Volkes wird von dieser Lüsternheit beherrscht und gehört seiner eigenen Sache nicht mehr wie früher völlig an. Die täglichen neuen Fragen und Sorgen des öffentlichen Wohls verschlingen eine tägliche Abgabe von dem Kopf- und Herzkapitale jedes Bürgers. Die Summe aller dieser Opfer und Einbußen an individueller Energie und Arbeit ist so ungeheuer, dass das politische Aufblühen eines Volkes eine geistige Verarmung und Ermattung eine geringere Leistungsfähigkeit zu werken, welche große Konzentration und Einsichtigkeit verlangen, fast mit Notwendigkeit nach sich zieht. Zuletzt darf man fragen, lohnt sich denn alle diese Blüte und Pracht des Ganzen, welche ja doch nur als Furcht der anderen Staaten vor dem neuen Koloss und als dem Auslande abgerungene Begünstigung der nationalen Handels- und Verkehrswohlfahrt zutage tritt, wenn dieser groben und bunt schillernden Blume der Nation alle die edleren, zarteren, geistigeren Pflanzen und Gewächse, an welchen ihr Boden bisher so reich war, zum Opfer gebracht werden müssen. Und nochmals gesagt, öffentliche Meinungen, private Faulheiten.